Soltan Hittany möchte mit fair war das letzte Heimspiel dieser Saison gewinnend zu Gast. Die Graz-99ers, die mit Dornbirn und Snowmo noch um einen Playoffplatz kämpfen. Und die Steirer legen gut los im ersten Drittel. Sieben Minuten sind gespielt über Susiewicz. Jetzt kommt die Scheibe zu McLean, der liegt ab für Matthew Pelek und der macht mit einem Hammer das 1 zu 0 für die Grazer. Die so wichtige Führung im ersten Drittel. Dann gibt es Überzahl für die ungarischen Gastgeber. Das ist eine starke Phase von den Roten Teufeln, die allerdings nicht mit einem Tor gekrönt werden kann. Chris Bodo und Chris Owens scheitern an Sebastian Darm. Doug Mason kann grundsätzlich mit den ersten 20 Minuten zufrieden sein. Im zweiten Drittel dann Überzahl für die 99ers und das sieht richtig gut aus. Und es schlägt auch ein im Tor von Fejava 2 zu 0. Matt Sedal, der Torschütze nach Assist von Evan Brophy. Aber Fejava steckt nicht auf. Will in diesem letzten Heimspiel dieser Saison zumindest anschreiben. Vielleicht sogar Punkte mitnehmen. Aber wieder scheitert Bodo an Darm. Und so steht es nach 40 Minuten 2 zu 0 für Graz. Eine beruhigende Führung für die Gäste. Und die sollten die dann sogar noch ausbauen. Im dritten Drittel Setzinger mit etwas Scheibenglück. Ograyensek findet Peek. Und dann steht es 3 zu 0 nach 51 Minuten. Dieses Tor fehlt bei Spielstärke. 4 gegen 4. So wie der letzte Treffer in dieser Partie. Chris Bodo sollte nur 42 Sekunden später den Ehrentreffer für die Roten Teufel markieren. Trotzdem bleibt es bei der Niederlage im letzten Heimspiel dieser Saison. Ich dachte wir haben gut gespielt. Wir kamen hier um das Spiel zu gewinnen. Wir mussten das Spiel zu gewinnen. Es waren drei Punkte sehr wichtig. Ich denke die Nerven haben heute ein bisschen einen Rolle gespielt. Ich dachte wir waren ein bisschen nervös. Es waren bei verschiedenen Perioden des Spiels. Aber unser Penalty-Killing war definitiv ein großer Teil des Spiels. Und Sebastian Damm, natürlich. Aber unser Penalty-Killing, ich denke wir mussten haben 8 oder 9 Penaltys heute. Es war viel Arbeit für unsere Penalty-Killers. Und sie haben es sehr gut gemacht. Die Leute, die haben wir hart. Das war unser letzte Home-Games. Die Leute, die wollen die Dornbring-Games zeigen, das war ein großer Fehler von uns. Und wir wollen unsere Fans zeigen, das wir haben die Hards. Und wir sind wichtig für die Spiels. Und das ist das, was wir versucht. Und das ist das, was wir tun haben.